Hallo, hallo, it's Monday today. Noch mal in die Kamera, weil dieses Jahr heute hochgeladen wird, dieser Podcast. Erstmal möchten wir uns oder ich mich auch vielmehr bedanken für die Abonnenten, die jetzt dazugekommen sind. Definitiv. Das ist nicht selbstverständlich. Auch wenn das kleine Zahlen sind, auch kleine Klicks. Also wir haben ja klein angefangen, es ist nach wie vor klein, aber alles kleine bisschen zählt. Und darauf können wir stolz sein. Vielen Dank für alle, die dabei sind, dazugekommen sind, drangeblieben sind und am besten auch noch die Glocke aktivieren. Also soviel dazu. Vielen Dank. Noch mal an der Stelle. Auf Spotify genauso. Da haben wir auch mehr Zuhörer gewonnen. Das bewerben wir alles gar nicht großartig. Spotify, da mache ich halt einen Parallel-Upload. Aber dennoch hört sich das der eine oder andere da draußen an. Und vielen, vielen Dank. Ja, ich war am Wochenende bei einem Seminar und das, also ich habe ja mal hier, wir hatten ja quasi zwei Vorstellvideos, Kennenlernvideos, wie man das nennen will, ein Video, ein Podcast. Und ich hatte ja mehrmals gesagt, wenn wir nur einen Menschen bewegen können mit der Arbeit, die wir tun, dann ist es schon viel wert. Oder das ist generell so mein Motto, dass man Dinge einfach durchzieht, auch wenn manchmal nur einer zuhört oder keiner zuhört. Weil genau diese Person kann die sein, deren Welt oder deren Leben du veränderst durch das, was du vielleicht gerade sagst, ohne es zu merken. Und auf was ich jetzt hinaus wollte, ist, dass bei dem Seminar ich in dem Ganzen bestätigt wurde, weil es war ein Seminar mit Bodo Schäfer übrigens. Und er hat gesagt, wenn du es schaffst, in deinem Leben nur ein Menschen, ja, wenn du es schaffst, in deinem Leben nur ein Menschenleben zu verbessern, also dass jemand ein besseres Leben durch dich hat, dann war das das Ganze schon wert. Und genau so sehe ich das auch, und deswegen sagen wir auch immer auch, unsere Arbeit soll einfach zum Denken anregen. Und wenn jeder an sich arbeitet, dann machen wir alle die Welt einfach zu einem besseren Ort. Amen, Schwester, Amen. Genau so sehe ich das halt eben auch. Weil nichts für selbstverständlich hinnehmen, sondern halt eben auch daran arbeiten. Und wie sie halt eben schon sagte, du musst hier nicht die Tausend von Menschen bewegen, im Idealfall ja. Ja, es wäre wünschenswert, wenn du viele berührst und zu was anderem bewegst. Aber sobald wirklich du auf einen Impact hast, Einfluss hast, auf eine Person Einfluss hast, dann ist da schon mal was gewonnen. Dann ist dein Auftrag eigentlich schon erfüllt. Ja, so kann man es, glaube ich, stehen lassen. Und dafür kann man halt eben auch dankbar sein, wie für die Likes, die dazugekommen sind, für die Views, die dazugekommen sind, für die Kommentare. Ich sage auch immer so, es kann ja alles polarisieren. Team dies, Team das, ich bin so, ich bin anti, ich bin was weiß ich nicht. Bleibt es immer lieb in den Kommentaren, weil dann bleibt es auch schick. Ja, also man kann verschiedene Meinungen haben, das ist auch in Ordnung so. Ich habe schon mal einen Twitch-Team dazu gemacht und auch hochgeladen. Hate im Netz. Bleibt bei euch, vor allem bleibt sachlich. Und da brauchst du jetzt auch keine angesprochen fühlen, sondern nicht einfach, dass es hier noch ausartet, wer zu welchem Team sich zählt. Darüber lässt sich streiten wie beim Fußball oder bei anderen Sportarten. Da denkt jeder, dass er den besten Verein hat und, und, und. Also soviel dazu, dankbar auf jeden Fall soll das Thema irgendwo sein, oder? Ja, also das Thema Dankbarkeit, auch das muss ich sagen, man nimmt immer mehr wahr, dass die Leute sich mehr über dieses Thema unterhalten. Das ist ja schon mal sehr wünschenswert und lobenswert. Wir arbeiten mit dem Thema wirklich schon seit mehreren Jahren, muss man sagen. Und Dankbarkeit ist einfach der Schlüssel zu allem. Und ich verweise direkt zu Beginn auf mein aller, aller Lieblingsbuch, The Magic von The Secret. Das ist nämlich ein 28-Tage-Dankbarkeitsbuch. The Magic ist dieses, das Hokus-Pokus-Zeug da, dieses, dieses, was ich, was nicht von der Wissenschaft geprüft ist. Ne, also es ist von The Secret, ich weiß nicht, ob ihr The Secret kennt, falls nicht, schaut euch auf jeden Fall den Film an. Man kann ihn bei Amazon kostenlos angucken, allerdings auf Englisch, aber ich glaube mit deutschem Untertitel. Ja, also wir könnten auch darüber gerne mal einen Podcast machen, aber heute soll es ja zum Thema Dankbarkeit sein. Also wie gesagt, The Magic von The Secret, das ist ein 28-Tage-Dankbarkeitsbuch und es ist einfach gigantisch. Ich selber mache das immer wieder von vorne, weil ich die Übungen einfach so gut finde. Es geht wirklich darum, in 28 Tagen zu lernen, Dankbarkeit zu üben und Dankbarkeit in Fleisch und Blut überzunehmen. Und man sollte auch diese Übungen am Stück durchmachen, weil wenn man es nicht schafft, dann muss man von vorne wieder anfangen. Aber es ist wirklich, von der Pike auf lernt man zum Thema Dankbarkeit. Und jetzt werden viele sagen, ja, na klar, wir sind alle dankbar, juhu, ne? Aber Dankbarkeit ist schon viel tiefgründiger, weil es geht nicht darum zu sagen, natürlich bin ich dankbar, dass ich erfolgreich in meinem Job bin. Natürlich bin ich dankbar, dass, keine Ahnung, ich, keine Ahnung, vielleicht... Also erstens geht es beim Thema Dankbarkeit um die kleinen Sachen, aber es geht auch nicht darum, dass du dir bewusst sagst, ich bin jetzt... Wenn dir jemand sagt, ja, Dankbarkeit, ja, klar, Dankbarkeit, sondern es geht darum, dass du jeden Tag in jeder Situation dankbar bist. Und das zu üben, das braucht schon ein bisschen was. Also ich kann euch nur empfehlen, wirklich jeden Tag 10 Punkte aufzuschreiben, für die ihr dankbar in eurem Leben seid. Und da kommen schon einige an ihre Grenzen. Also viele haben dann schon zu mir gesagt, boah, 10 Punkte, das ist total schwierig. Es ist eigentlich nicht schwierig, weil es geht wirklich um die kleinen Dinge. Es geht wirklich zu sagen, ich bin dankbar, dass ich was zu essen habe, dass ich atme, vor allem, dass ich gesund bin. Glaubt mir, Gesundheit ist alles. Wenn ihr nicht gesund seid, dann ist alles andere Müll. Also es geht wirklich um die kleinen Dinge oder zu sagen, ja, wie gesagt, ich habe ein Dach über dem Kopf, meine Familie ist gesund. Danke für meine Kinder, für meinen Hund, für was auch immer. Also darum geht es im Endeffekt. Aber ich sage mal so, für die Geübteren ist das dann auch schon wieder kein Problem. Weil wenn man das wirklich mal geübt hat und drin ist, dann ist das wirklich auch einfach, oder? Ja, vielleicht hätte ich auch sogar eine Story dazu zum Thema Dankbarkeit. Ja. Und zwar, ich habe erst vor ein paar Wochen hier entdeckt, ich habe das so, jetzt hier im Videopodcast sieht man es, dass ich hier einen Fleck bekommen hatte. Ich habe erst gedacht, das war nach dem Rasieren, so ein Pickel, so ein verwachsenes Haar, dies, das. Aber so toll, wie meine Haut funktioniert anscheinend und so toll ich unterwegs bin, ist es wieder ein Zeichen von meinem Körper, dass die Psoriasis wieder zugeschlagen hat. Also die Schuppenflechte. So, und just, also ich denke mir halt nichts dabei. Klar, es ist jetzt wieder wärmer geworden, wir haben heute auch wieder 24, 25 Grad, als ich vorhin unterwegs war, jetzt nach wie vor. Und dann ziehe ich da halt wieder ein T-Shirt an oder auch ein paar kurze Hosen. Und du hast halt eben die markanten Flächen und Stellen, die halt eben so gezeichnet sind. Aber worauf will ich überhaupt hinaus? So, Schuppenflechte ist das eine, was ich habe. Ich habe heute einen Artikel gelesen, was heißt ein Artikel? Ein Posting. Von irgendeiner Zeitung, ein ehemaliges Germany's Next Topmodel-Kandidatchen. Ähm, klar, die sind ja alle voll hochgepimpt und voll aufgestylt und sehen ja richtig rattisch aus, ne? Und dann hat diese Dame, Psoriasis, aber ganz heftig im Gesicht. Also, ähm, ich habe es hier an den Nasenflügeln, sieht man jetzt wahrscheinlich in der Aufnahme. Aber, ähm, worauf will ich hinaus? Dankbarkeit in dem Sinne, dass das Thema vielleicht wieder aufgerollt wird. Wieso? Weil ich habe erst vor Kurzem gelesen, dass bis 2005, also gefühlt gestern, es Menschen untersagt war, mit Schuppenflechte sich ins Freibad zu begeben. Klar, die durften sich auf die Wiese legen, aber die durften sich nicht ins Becken begeben. Ja, 2005, das ist noch nicht so lange her, das war hier kurz nach dem Millennium, ähm, war das den Leuten nach wie vor untersagt, ins Freibad zu gehen, mit Schuppenflechte. Wobei man heute eben weiß, das ist keine infektiöse Krankheit, es hat eher was mit deinem Erbgut zu tun, mit psychischen Ursachen, Stress, Ernährung, bla bla bla. So, so viel dazu. Ja, aber dann bin ich auch in die Kommentare gegangen. Also, ich finde erstmal die Dankbarkeit in diesem Sinne, das Thema nochmal aufzuholen und die Leute zu sensibilisieren. Weil ich gehe in die Kommentare, die Kommentarsektion ist eh meistens lustig, das ist ja entweder hier auf YouTube oder auf Facebook oder wo auch immer, Kommentare sind einfach so Gold wert, ne. Und da meint einer, ih, wie eklig, ne. Was soll der Bericht? Oder, das haben doch Millionen von anderen, von Menschen, ne. So, aber wo ist jetzt die Schlagzeile? Und da genau fängt es doch an. Der eine sagt, es ist eklig. Warum ist denn das eklig? So, das betrifft ja die Person selbst nicht, sondern nur die Person, die es hat. Ja, dass es juckt, dass es bluten kann, wenn du auf den Knien bist, irgendwo Hausarbeit verrichtest, die die Knie aufreißen, die Ellenbogen aufreißen, die Finger, was weiß ich nicht, je nachdem, wie ausgeprägt es ist. Oder dir ständig die Schuppen von den Haaren fallen, ja, obwohl du gar nichts machst, fühlen sich Personen angegriffen, die es gar nicht haben. So. Dankbarkeit erstmal dafür, dass die Leute hoffentlich sensibilisiert werden, was das Thema angeht. Weil es kann schon ganz schön nerven. Und, ähm, auf der anderen Seite halt, bin ich dankbar, dass es nicht noch schlimmer ist. Also, kann man sich das jetzt so wünschen, aber es könnte ja viel schlimmer aussehen. Ich hab mal vor Jahren, wo das angefangen hat bei mir, ich hab schon über 16, 17 Jahre, ähm, hab ich mal auf YouTube ein Video gesehen von so einem Asiaten. Ähm, ganz komisches Ding. Der hat sich die Schuppenflechte am Schienbein wachsen lassen. Ne, normalerweise hast du ja immer diesen penetranten Juckreiz und willst diese Kruste abkriegen. Ganz komisches Ding, ne. Auf jeden Fall, der hat das wachsen lassen, das erneuert sich innerhalb von sieben Tagen, anstatt von 30 Tagen innerhalb von sieben Tagen, ne. Das ist ja so die wissenschaftliche Expertise, was das angeht, ne. Deswegen auch diese starke Schuppung. Dann ist er mit dem Messer hingegangen und hat sich das abgekratzt. Da denke ich mir, krass, den hat es wirklich hart erwischt, ne. Da denke ich jetzt, okay, gut, der hat es hart erwischt und mich weniger. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite denke ich mir, ey, wir können doch alle froh sein, wenn wir gesund sind und sowas uns nicht antun müssen. Aber dann wiederum sind wir in diesen Scheiß-Kommentaren drin. Klar könnte man sich das persönlich nehmen oder das Model könnte sich das durchlesen, was die Leute davon halten. Aber im Endeffekt ist es doch halt eben so, sie muss damit leben, sonst kein anderer. Sie muss sich dann irgendwelche, das habe ich noch gelesen, das ist ja super behandelbar. The fuck ist das super behandelbar. Im Umkehrschluss musst du gesund sein und dir da eine Biologikatherapie antun, die zigtausende von Euro im Monat kostet, wo du deine Spritze setzen musst, wo deine Leber funktionieren muss, wo deine Nierische funktionieren muss. Und dann bei Absetzen von dieser Scheiß-Spritze kommt die Scheiße wieder. Ja, T-Zellen spielen verrückt und, und, und. Aber im Endeffekt kann man ja mal dankbar sein, dass wir Forever Living Products kennengelernt haben und der Lohre einiges bewirken kann bei dem Thema Psoriasis. Auf natürliche Art und Weise. Auf natürliche Art und Weise, dass du es auch dadurch wirklich zwar nicht ganz wegbekommen hast, wie gesagt, das hat viel auch mit der Psyche zu tun, aber du hast es gut, sage ich mal, im Griff. Natürlich kommt es dann darauf an, was isst man. Ich meine, man muss auch dazu sagen, wir entgiften ja jeden Monat und wenn der Körper entgiftet, wird ja erstmal alles schlimmer, bevor es besser wird. Das größte Entgiftungsorgan in unserer Haut. Ja, weil ich sage mal so, wenn man in der Entgiftung ist, dann bekommt man erstmal eine unreine Haut, Akne oder, keine Ahnung, die Symptome, die man halt in sich hat, bevor das dann ablindert und besser wird. Und natürlich dadurch, dass wir das jetzt halt machen, kann es natürlich sein, dass bei ihm neue Flecken entstehen, die dann aber später, wenn man natürlich dranbleibt und an dem Ernährungskonzept dranbleibt, einfach dann weggehen. Ja, wichtig ist halt der Säure-Basen-Haushalt, das ist A und O, die Darmgesundheit. Klar, da kannst du ja Kortison draufschmieren mit Vitamin D3, mit Vitamin D, da gibt es so ein Kombipräparat. Sag ich the fuck, Alter. Kortison, das bummst dich irgendwann, ob du es jetzt auf der Haut aufträgst, ob du es inhalierst oder eine Spritze nimmst oder eine Tablette nimmst. Das ist nicht gut für den Körper. Machen wir uns nichts vor. Auf jeden Fall geht es ja darum, einfach in schlimmen Situationen zu lernen, dankbar zu bleiben und positiv zu bleiben. Und es passieren wirklich schlimme Dinge. Und glaubt mir, wir haben die letzten zweieinhalb Jahre wirklich sehr, sehr viele schlimme Dinge erlebt. Und nichtsdestotrotz in diesen Situationen wirklich das Thema Dankbarkeit zu haben, das ist wirklich ein Geschenk, dass man das kann, dass man das geübt hat und zu schätzen weiß. Also zum Beispiel meine Oma ist letztes Jahr im August gestorben und sie war für mich meine größte Bezugsperson. Und das war auch relativ, sage ich mal, spontan. Also man kann nicht sagen, sie war krank und man wusste, dass es irgendwann passiert, sondern eigentlich war sie gesund. Also ging mit Beschwerden ins Krankenhaus und dann kam die Diagnose, dass es halt unheilbar ist. Und es ging dann in Anführungszeichen relativ schnell, also innerhalb von fünf Wochen. Da kann man jetzt auch sagen, es ist lang, es ist kurz. Da kann man drüber streiten. Im Endeffekt geht es nur darum, was die Person fühlt. Also mir war immer nur wichtig, dass es meiner Oma gut geht. Was für sie besser ist, sollte passieren. Aber auf jeden Fall, natürlich kann man in dem Moment wirklich sauer sein. Und das ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Und so das Thema Tod ist ja auch nichts, was von heute auf morgen vorbei ist, sondern das ist ein Prozess, das dauert lange, dieser Trauerprozess. Aber wirklich von der ersten Minute an war ich einfach nur dankbar, dass, also das wollte er jetzt nicht sehen, was der hier gerade veranstaltet. Ja, also auf jeden Fall, also er jagt, um es einfach mal zu sagen, er jagt gerade eine Wespe, glaube ich. Aber wie? Naja, egal. Aber auf jeden Fall war ich einfach von Anfang an nur dankbar, dass ich 40 Jahre mit meiner Oma hatte, 40 schöne Jahre, weil alles andere wäre einfach total unfair gewesen, weil es gibt Menschen, die haben diese Zeit nicht mit ihren Eltern noch nicht mal. Manche kennen ihre Großeltern gar nicht. Wir haben ganz, ganz sehr, sehr liebe, gute Freunde, die haben leider ihre Eltern schon sehr, sehr früh verloren. Also, ja, ich weiß gar nicht mal, wie alt die Freundin von uns da war, aber das war während dem Studium und beide Eltern zwei Jahre versetzt. Und das sind Dinge, wo ich einfach sage, man darf gar nicht in dem Moment sauer sein. Man muss wirklich dankbar sein für die Zeit. Und auch heute schreibe ich noch in mein Dankbarkeitsbuch, dass ich einfach dankbar bin, um diese 40 schönen Jahre, die ich erleben durfte, obwohl gleicher, also, wie soll ich sagen, im gleichen Moment, als mir bewusst war, dass meine Oma sterben wird, habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn ich so alt werde wie meine Oma, dann lebe ich länger wie das Doppelte, was ich jetzt an Zeit mit meiner Oma verbracht habe, ohne meine Oma. Also, meine Oma war 85. Und das war mir eigentlich nie so bewusst, dass ich eigentlich das Leben, was ich bis jetzt gelebt habe, nochmal und länger leben werde ohne sie. Aber nichtsdestotrotz war ich einfach nur super dankbar, dass ich diese Zeit mit ihr hatte, dass ich so viel von ihr lernen konnte, dass ich ihre Liebe, ihre Herzlichkeit spüren durfte, dass sie mir einfach das mitgegeben hat im Leben und mich, ich sage mal, maßgeblich auch ein Stück weit daran beteiligt war, dass ich der Mensch geworden bin, der ich heute bin. Und da kann man einfach nur dankbar sein. Da kann man keine Minute, sauer, wütend oder sonst, war ich wirklich keine Minute, weil einfach diese Dankbarkeit einfach überwiegt. Und das ist halt so eine Sache, wenn das aus der Tiefe rauskommt, und dann weißt du einfach, du hast viele Jahre vorher schon so gut geübt, dass wenn der Fall der Fälle kommt, weil ich sage mal so, alles, was wir so morgens aufschreiben und üben, das ist ja eine Übung, Dankbarkeit üben, aber die Übung, die dann in Fleisch und Blut übergeht, erlebst du ja erst dann, wenn das Leben passiert und erst dann, wenn die richtigen Hämmer und Schicksalsschläge passieren, dann erst erlebst du ja Dankbarkeit, wirklich in Fleisch und Blut zu leben. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz tolle Sache, die sich jeder aneignen sollte. Und immer dann, wenn Leute sich vielleicht mit dem Thema schon beschäftigt haben und fragen, ja, wieso soll ich jetzt jeden Tag aufschreiben, für was ich dankbar bin, oder zum Beispiel eine weitere Übung ist, dass man einfach jeden Abend, wenn man ins Bett geht, sich eine Sache sagt, die man am Tag toll fand und dafür bedankt quasi, also das macht man symbolisch mit einem Stein, also man hat einen Stein neben dem Bett liegen, nimmt ihn in die Hand und sagt einfach Danke, dass heute schönes Wetter war, zum Beispiel. Und immer dann, wenn ihr euch fragt, ach, wieso soll ich denn das machen, das Buch von vorne, an jedem Tag die zehn Punkte, ich weiß doch, um was es geht bei Dankbarkeit, ich bin doch dankbar. Aber immer dann, wenn ihr diese Arroganz an den Tag legt, weil ihr das vielleicht wirklich schon vier, fünf Jahre macht oder so, dann ist es immer so ein Punkt, wo man einfach mal in sich gehen muss und sagen muss, wir lernen nie aus. Und die tägliche Übung, die tägliche Routine ist einfach das, was uns ausmacht und was uns außergewöhnlich macht. Und wie gesagt, in solchen Momenten merkst du, hast du es wirklich in Fleisch und Blut, ist es übergegangen oder eben nicht. Ja, also das mal als Beispiel. Ja, das hat auch nochmal, das hat man glaube ich schon im Podcast, in unserer Dreierkonstellation, das hat auch nichts damit zu tun, alles konsequent positiv zu sehen oder sich in irgendeine Scheinwelt zu begeben, wo alles nur rosa-rot besetzt ist und man sich Probleme wegdenkt. Es gibt ja oft immer diese, der Arnold Schwarzenegger, Gott hab ihn selig, der gute Mann, da sagt er immer diese Naysayers, die alles einfach nur verneinen und was weiß ich nicht. Versuch mal wirklich allen Ernstes aufzuschreiben, wofür du dankbar bist und nicht nur die schlechten Aspekte in deinem Leben aufzuzählen und zu sehen und jeden Tag runterzubeten. Guck doch wirklich mal, was los ist da draußen und was mit dir los ist und schreib es einfach mal auf. Du brauchst dir auch erstmal kein Dankbarkeitstagebuch oder sowas herunterzuladen oder zu kaufen. Nimm dir ein Stück Papier irgendwo und notier es dir. Das ist, denke ich, schon mal der erste Schritt, worauf die nächsten folgen werden. Das hat auch nichts mit Esoterik zu tun. Nochmal, wir sind ganz bodenständig leid. Wir sind in der Arbeiterklasse aufgewachsen. Wir haben Migrationshintergrund. Was weiß ich denn? Und ich denke mal, da hast du ja eigentlich schon, kriegst du ja doppelt eigentlich einen mit, wo du halt eben schauen musst, dass du dankbar bist, auch für das, was du dir erarbeitet hast und nicht für selbstverständlich nimmst. Und wenn du irgendwann diese Arroganz hast, alles selbstverständlich zu nehmen, dann ist es eigentlich schon quasi prädestiniert, dass es mit dir nicht ganz so lange gut gehen wird. Ja, vor allem, man muss es immer so sehen, dass egal, ob man es jetzt Gott nennt, wer jetzt gläubig ist oder ob man es Universum nennt, egal, an was man auch immer glaubt, das Welche, an was man glaubt, meint es ja nie schlecht mit einem. Und auch wenn Situationen erst mal vermeintlich super schlecht aussehen, letzten Endes, wenn du ein paar Jahre mal zurückguckst, dann hat es dich auf den Weg gebracht, auf dem du heute bist und hat dich zu dem Mensch gemacht, der du heute bist. und du wirst erkennen, dass alles, was erst mal negativ aussah im Leben, wirklich am Ende des Tages positiv war. Auch wenn du in der Situation wahrscheinlich gedacht hast, das ist das Schlimmste, was dir passiert ist, schlimmer geht gar nicht und überhaupt und keine Ahnung und glaubt mir, ich habe solche Situationen auch schon zig in meinem Leben erlebt, wo ich dachte, mir wird gerade der Boden unter den Füßen weggerissen. Aber danach, wirklich danach und nicht gleich danach, das dauert eine Zeit, ist diese Lernphase überwunden und dann geht es einfach steil bergoben und daran müsst ihr einfach immer glauben. Und deswegen kann man wirklich für jede Situation und für jedes in Anführungszeichen Problem, ich habe ja schon mal gesagt, Probleme gibt es da, das sind Herausforderungen. Aber was habe ich auch bei dem Seminar am Wochenende gelernt? Dass Probleme, also dass Leute, die erfolgreich sind und immer weiter im Leben wollen, sich selber Probleme schaffen, weil Probleme einen wachsen lassen, also Herausforderungen lassen einen einfach wachsen und ihr werdet aber erkennen, dass das eigentlich alles im Leben so kommen musste, wie es gekommen ist und dass einfach man wirklich für die Dinge, die man hat, dankbar sein kann. und es gibt Schlimmer geht wirklich immer und ihr werdet immer irgendjemanden finden, dem es irgendwo besser geht oder vermeidlich etwas leichter fällt und ihr werdet immer jemanden finden, dem es schlechter geht wie euch und dem etwas noch schwieriger fällt. Also von daher ist es einfach immer nur eine Ansichtssache oder immer nur das, wo man halt gerade hinguckt und deswegen übt Dankbarkeit. Ja, ich wäre voll dankbar, wenn ich diese Woche zum Friseur komme. Jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das schon wieder los. Also, nochmal, das ist hier kein Aufkrampf-Dankbarkeitsprogramm oder sowas. Nein, das kommt durch die Übung, kommt durch das, vielleicht auch das Reinschauen in einem selbst. Und vielleicht auch hier nochmal als Tipp von mir, ich kann nicht oft genug darüber reden in letzter Zeit. Stoizismus. Die Geniale. Stoizismus, Tag für Tag. Die Probleme, wenn wir vom klassischen Problem reden, wie die Leute so Probleme wahrnehmen, Probleme aus der Vogelperspektive mal beleuchten, wahrnehmen, aus der Astronautenperspektive wahrnehmen. Oh, danke für den Daumen hoch. Dein Handy klingeln. Vielleicht sind dann doch die ganzen Probleme, die man sich so vor sich her schiebt, die man so hat, die man denkt, die einen richtig niederdrücken. Vielleicht sind die doch gar nicht so von Gewicht. Vielleicht sind die doch ein bisschen kleiner, wenn man sie aus der Vogelperspektive betrachtet, als sie eigentlich sind. Und klar, ich rede hier jetzt auch, wenn du in finanziellen Nöten bist. Das musst du dir halt eben, musst du dribbeln. Wenn du dies, wenn du das hast, keine Ahnung, es gibt ja mannigfaltige Themen, die hier als Probleme auf dem Teller serviert werden. Es gibt immer irgendwo Erlösung und es wird nie so heiß gekocht. Es wird nie so heiß gegessen, wie gekocht. Ja, oder oftmals ist man ja von Menschen ziemlich enttäuscht, weil man irgendwie Menschen im Leben getroffen hat. Keine Ahnung, ob manchmal auch der Chef, Familie, Arbeitskollegen, Freunde, egal, wo man einfach so eine richtige Enttäuschung hat oder einfach Menschen einem schlecht behandelt haben. Und dann sagt jetzt wahrscheinlich der eine oder andere, ja, wie kann ich dafür dankbar sein? Vielleicht sogar, um Gottes Willen, und Hass ist so ein furchtbares Wort, das würde ich gar nicht benutzen, aber manche sagen, ich hasse diese Person und keine Ahnung. Aber glaubt mir, das bringt alles nichts. Also ganz ehrlich, es bringt alles nichts. und es gibt so einen Spruch, im Leben ist, wie geht der Spruch? Entweder ist der, die Person eine Lehre oder ein Geschenk oder so, irgendwie geht der Spruch im Leben. Jede Person oder jede Person im Leben ist entweder ein Geschenk oder eine Lektion oder so ungefähr geht dieser Spruch. Ja, geht, egal wie es aussieht. Also egal, aber auf jeden Fall ist es auch so und selbst wenn, glaubt mir, auch wenn ihr Menschen habt, wo ihr richtig sauer seid, die euch richtig verletzt haben und das kann ja in jegliche Richtung gehen, wie gesagt, ob das jetzt Familie ist, ob das Chef ist, ob das Partner ist oder sonst was, lasst los. Ich kann euch nur sagen, lasst los. Wirklich, lasst das Thema los und vor allem auch diese Person, so hart wie das klingt, hat euch Dinge im Leben gelehrt, die ihr irgendwo auch, wo ihr irgendwo auch dankbar drum sein dürft, dass ihr das lernen durftet und hoffentlich über dieses Thema weg seid oder besser in Zukunft mit dem Thema umgehen könnt. Und diese ganze Wut und dieser ganze Hass bringt einfach nichts, weil letzten Endes ist es ja so, du beschäftigst dich damit, du belastest dich damit, du belastest auch deinen Körper damit, weil alles, was dich psychisch oder nervlich belastet, geht auch auf deine Gesundheit, also geht auch auf deinen Körper zwangsläufig, egal wie das sich dann ausprägt, ob es ein Magengeschwür ist, ob das Haarausfall ist, schlechte Haut, ob das dann Durchfall ist, ob das, keine Ahnung, was es alles sein kann, aber viele Beschwerden kommen einfach definitiv von der Psyche, sind von seelischen Belangen und letzten Endes sage ich immer, egal wer diese Person ist, diese Person ist es nicht wert, dass du dich kaputt machst, kaputt denkst für Dinge, wo du gar nicht weißt, was die Person darüber denkt, was die Person darüber sagt, also solange du mit der Person ja nicht persönlich sprichst und dich dann halt ausgesprochen hast, weiß die Person ja davon nichts, dass du dir da jetzt fürchterliche Gedanken machst und, keine Ahnung, der Person die Pest an den Hals wünschst, ja, und das würde ich dir auch ganz, ganz deutlich untersagen, weil alles, was du anderen wünschst, wünschst du dir selber und bekommst du doppelt und dreifach zurück, auch das kann ich wirklich bestätigen, obwohl ich ehrlich sagen muss, ich habe noch nie jemandem was Schlechtes gewünscht, weil da muss ich sagen, ich habe wirklich eine gute Erziehung genossen, wo, also meine Oma wieder, mir immer beigebracht hat, dass man fair ist, dass man freundlich ist und dass man andere Menschen so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es gibt ja so Dinge, wo man einfach die Wut hat und diese Wut bringt dich einfach nicht weiter, deswegen, wenn du mal wütend bist auf eine Person, dann schreib mal bitte zehn Punkte auf, wofür du dieser Person dankbar bist und das ist eine richtig harte Übung, weil ich glaube, jeder hat so die Person, die den Knopf drücken kann oder den Triggerpunkt hat, ja, wie gesagt, egal aus welchem Verhältnis die Person kommt und dann schreib mal zehn Punkte auf, für das du dieser Person dankbar bist und wenn der Punkt nur ist, ich habe gelernt, dass ich nicht so bin, wie du, dann ist das schon viel wert. Das wollte ich sagen, genau, weil, vielleicht ist da einfach das Learning, bei jeder Person, je nachdem, um was es gerade geht, einfach nur das, das die Person dir gezeigt hat, wie du nicht sein willst, ja, du willst kein Arschloch sein, du willst kein ich-bezogener Narzisst oder narzisstische Person sein, ja, oder ein Energiewampir, lauter so komische Fachbegriffe heutzutage, diese Energiewampire, aber vielleicht ist es dann doch wirklich das, dass die Person dir gezeigt hat, wie du nicht sein möchtest, obwohl ich aber auch sagen muss, sich hier nicht in eine Wutspirale zu begeben, ne, sich dieser diese Agonie herzugeben, hinzugeben, ist schon, ist schon, ist schon ein Ding, ne, also da muss man, vor allem, wenn du, wenn du quasi so groß geworden bist, so erwachsen geworden bist, deine Jugend so verbracht hast, mit den Ellenbogen zu kämpfen, also, ne, dich selber breit zu machen, ist es schon eine Herausforderung, also es ist schon wie so ein Mönch dann zu sein, ne, sich schön zu meditieren, sich, also sinnbildlich zu meditieren und sich darauf zu fokussieren, dieser ganzen Scheiße, kein, einfach kein Gewicht mehr zu geben. Ja, vor allem, ich sage mal, Kindheit ist ja bei jedem, sage ich mal, ein Knackpunkt einfach, ne, also egal, wie die Kindheit war, ähm, ihr müsst mal gucken, bei Robert Beetz ist so jemand, den ich, da habe ich viele Bücher gelesen und mir viele YouTube-Videos angeguckt und Meditationen gemacht, äh, der arbeitet viel mit dem inneren Kind, also das ist sowieso, wenn ihr das noch nicht bearbeitet habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, egal, ob ihr dann das mit einem Therapeuten macht oder in Form von Hypnose, Reiki, ähm, Selbsthilfe durch, wie gesagt, Videos, Bücher lesen, Familienaufstellung, also es gibt ja zig Dinge, die man tun kann, um über die Kindheit, also die Kindheit zu bearbeiten, aber das ist sowieso was, was ihr zwangsläufig tun sollt, weil es ist nachgewiesen, dass wir in den ersten drei Jahren unseres Lebens, die schlimmste Zeit unseres Lebens erleben, weil wir kommen als ein Wesen auf die Welt, das ja nichts kennt, also wir kennen, wir kennen schon Schmerz, wir kennen Freude, das heißt, wenn wir uns freuen, dann schreien wir, dann lachen wir vielleicht, wenn wir traurig sind, dann weinen wir und brüllen wir und von Tag eins wirst du ja von der Gesellschaft und von deinen Eltern vorwiegend so in eine Schablone gepresst, ne, also wenn du dich zu laut freust und zu laut lachst, dann ist das nicht konform, dann heißt es ja, ein bisschen leiser, sei mal ein bisschen leiser oder wenn du zu laut schreist und weinst, dich wütend bist, dann manche haben ja dann auch die Methode, ja, dann kriegst du von mir noch eine drauf, wenn du weinen willst, ja, also es gibt ja verschiedene Erziehungsmaßnahmen, man muss eins wissen, unsere Eltern haben es immer nur gut gemeint mit uns, die wollten nie was Schlechtes, die haben das immer mit bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber es war halt nicht immer alles richtig und wie gesagt, das weiß ich nicht, ich hätte, ich hätte, ich schwöre, manchmal auf Amazon Wisslicht oder so, ich mache hier einen Button, ich mache hier einen Hot Button, einen Buzzer, dann kommt, ne, auf jeden Fall die ersten drei Jahre deines Lebens sind ja die schlimmsten, die du erleben, also die du erleben kannst, also die du erlebst und das ist auch die Zeit, die wir auf jeden Fall verdrängt haben, weil keiner erinnert sich eigentlich so an die ersten, vielleicht auch an bestimmte Szenen, aber eigentlich haben wir diese Zeit sehr gut verdrängt, weil da eben die schlimmsten Dinge passiert sind, aber davon resultieren Aktionen oder Handlungen, die wir heute tun, also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man vielleicht als Kind verlassen wurde, dann hat man vielleicht fürchterliche Angst, verlassen zu werden, also Verhaltensmuster, die wir heute haben, rühren von der Kindheit, deswegen sollte man ja auch so dringend die Kindheit behandeln oder bearbeiten, aber selbst da, wenn ihr schwere Punkte habt in eurer Kindheit, dann kann man auch heute dafür zehn Punkte finden, wofür man dankbar ist. Doppelpass gespielt, danke für den Pass, und zwar habe ich ja wieder ein paar Punkte, ein paar Punkte, Top-Tipps mit Doppel-P vorbereitet, was sagt denn, also keine Top-Tipps, weil ja eigentlich vieles dann immer so bei uns aus der Luft gegriffen wirkt, vielleicht haben die ein oder andere draußen so die Auffassung, aber was sagt denn die Wissenschaft dazu, für alle, die dann so science-based sind, Punkt Nummer Uno, Verbesserung der psychischen Gesundheit, Studien zeigen, ich habe jetzt hier auch keine Studie hinterlegt, mit irgendeiner Seitenanzahl oder sowas, oder von wann die Studie ist, sondern vielmehr erstmal in seinem Surium etwaiger Abhandlungen, Studien zeigen, dass regelmäßige Dankbarkeitspraktiken, wie das Führen eines Dankbarkeitstagebuches, oder das Ausdrücken von Dankbarkeit gegenüber anderen die psychische Gesundheit verbessern kann, Menschen, die Dankbarkeit praktizieren, neigen dazu, weniger depressive Symptome zu haben und ein höheres Maß an Lebenszufriedenheit zu erleben. Ja. Punkt. Es ist de facto so, weil du dich nicht, nochmal, du blendest das nicht aus, sondern du kreist deine Gedanken nicht wie die Fliege um die Scheiße laufen und deine negativen Aspekte im Leben. Ist de facto so. Ja, vor allem, ja, es ist einfach so, dass man ruhiger wird, finde ich, ne? Durch die Übung, man wird einfach ruhiger, weil immer dann, wenn man vielleicht auch dazu tendiert, sich aufzuregen, man dann einfach sich die Dankbarkeit in den Sinn ruft und, ja, einfach gelassener wird. Ja, dann passt ja eigentlich auch der Punkt Nummer zwei. Reduzierung von Stress und Angst. Dankbarkeit kann dazu beitragen, Stress und Angst zu reduzieren, indem Menschen sich auf die positiven Aspekte ihres Lebens konzentrieren und dankbar dafür sind, für das sind, was sie haben, können sie ihre Stressreaktion verringern und eine größere Resilienz gegenüber belastenden Situationen entwickeln. Ja. Also Resilienz, was man so alles erleiden kann, ne? Und glaubt mir, ihr könnt wirklich jede Situation einfach ins Positive wenden durch das Thema Dankbarkeit. Ich meine, ich sage mal so klar, wenn ich jetzt mal die letzten zweieinhalb Jahre zurückdenke, wie gesagt, uns ist vieles widerfahren und ich musste auch ziemlich, ziemlich starke Medikabende nehmen. Ich glaube, ich habe es schon mal in ein paar Videos oder Podcasts erwähnt. Dadurch eben auch eine enorme Gewichtszunahme. Und natürlich ist das Thema Gewicht mein Leben lang mein Thema gewesen und ich war so glücklich und froh vor sieben Jahren, wo ich Forever Living kennengelernt habe und endlich mein Zielgewicht erreicht habe. Und vor allem das Wichtigste daran, mein Gewicht auch über vier, ich glaube vier oder fünf Jahre gehalten habe, weil das ist ja noch viel wichtiger, wie das Abnehmen. Und dann passiert halt sowas und dadurch nimmt man einfach rasant mehrere Kilos zu. Und natürlich denkt man dann, ey, fuck you, ey. Ja, also ich hatte einfach alles im Griff und jetzt ist es so. Aber auch da denke ich mir, hey, ich bin trotzdem so dankbar, dass ich Forever Living kennengelernt habe. Weil erstens, wenn ich das nicht hätte und nicht regelmäßig diese Programme machen würde, dann wäre ich jetzt noch mehr, wie ich schon bin. und zweitens bin ich auch super dankbar, weil ich einfach weiß, ich habe meinen Fahrplan, der für mich funktioniert, um wieder dahin zurückzukommen, wo ich mal war. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen. Natürlich ist dieses Thema auch nicht von heute auf morgen erledigt mit den Medikamenten. Also da sind auch immer wieder Kuren da gewesen, wo ich die nehmen musste. Und im Endeffekt, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bin dankbar einfach dafür und ich bin einfach dankbar, dass ich nichtsdestotrotz gesund bin und wie gesagt, meinen Fahrplan habe, wie ich wieder dahin zurückkomme auf natürlicher, gesunde Weise. Und ja, ich bin trotzdem auch dankbar, einfach die Erfahrung zu machen, weil ganz ehrlich, wie oft ist es so, also ich meine gut, also ich hatte wie gesagt schon immer ein Thema mit meinem Gewicht, egal wie dick oder dünn ich war, ich habe mich immer zu viel gefühlt. Also eigentlich ist es total egal, wie ich aussehe, weil ich frage mich immer zu viel. Aber ich bin so dankbar, weil ich heute an dem Punkt bin und das habe ich 40 Jahre nicht geschafft zu sagen, wenn ich es wieder zurückgeschafft habe auf mein Normalgewicht, dann bin ich mit meinem Normalgewicht auch zufrieden und glaubt mir, das sind keine 58 Kilo, die brauche ich gar nicht. Ich will einfach wieder in meine Klamotten passen, dann bin ich super zufrieden, dann werde ich das Gewicht halten und dann ist das Thema für mich gut. Und das ist schon alleine so ein Mehrwert, das aus der Situation gelernt zu haben, weil wer mich kennt und kennt dieses Thema weiß, wie ich einfach immer so unzufrieden damit war. Und das ist auch schon wieder eine hilfreiche Lehre aus dieser Situation heraus. Und was auch hilfreich ist, ist einfach der Punkt, dass man einfach sagt, okay, es gibt dünne Menschen, es gibt dicke Menschen, jemand, der mega dünn ist. Ich kenne auch Leute, die sind super dünn und wollen unbedingt zunehmen und die sind so traumatisiert, weil sie es nicht schaffen. Und wenn dann jemand Kräftigeres oder wie ich dann kommt und sagt, ach Gott, ich wäre gern so, ja, dann werden die super sauer, weil klar, die fühlen sich gar nicht schön, die fühlen sich einfach viel zu dünn, die wollen einfach mehr sein. Und genauso geht es Leuten, die halt mega Übergewicht haben, die fühlen sich zu dick. Aber ganz am Ende des Tages könnt ihr immer dankbar sein für das, wie ihr seid, weil ihr wisst nie, wie das Leben spielt. Und glaubt mir, das Leben kann spielen und auf einmal seid ihr in Rippengestell und wolltet es gar nicht und um Gottes Willen krank und dann ist es ganz schlimm, wenn man so furchtbar dünn ist. Oder ihr habt einfach irgendwann mal mega Übergewicht, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, man ist von nichts bewahrt und Medikamente können einfach so, so aufschwemmen. Und auch dann werdet ihr das einfach mit anderen Augen sehen. Aber der Thomas schnauft schon, der schabt schon mit den Hufen, der will was sagen. Nein, also ich habe immer noch die verstopfte Nase, so ist es nicht. Aber ich wollte sagen, das ist doch wie, der eine will locken, der eine will glattes Haar. Man will das, was der andere hat oder wie auch immer. Aber ich finde, das ist ein guter Punkt, was du angesprochen hast. Das Thema Gewicht war schon immer irgendwo da. Nicht nur bei dir, auch bei mir. Ich will jetzt auch nicht sagen, wo das herkommt. Aber ab und zu flutschen ja einmal alte Fotos durch die Finger. Ja. Oder man scrollt durch die 21.000 Fotos, die man auf dem Handy hat, die man sich eigentlich nie wieder anschaut. Aber Hauptsache, man hat sie auf dem Handy. Ja. Das habe ich dir vor ein paar Wochen gesagt oder keine Ahnung oder letzte Woche, keine Ahnung oder öfters mal die letzte Woche. Schau mal, wie wir ausgesehen haben und jetzt sage ich dir, wir haben uns dick gefühlt. Ja. Ja. Aber was war denn das Umfeld? Und es hieß immer, guck dich mal an. Warum kannst du nicht dünn sein? Wem, die Jahrzehne? Für wen soll ich dünn sein? Man muss ja auch was sagen. Also klar, älter werden ist ja auch so ein Thema, wo viele nicht mitzurechnen. Ich bin für immer 21. Ja, ich auch. Also ich fühle mich auch nicht wie 40 und bald 41. Aber ganz ehrlich, das Coole kann ich euch sagen, am älter werden ist das, dass es einem wirklich am Arsch vorbeigeht. Und wenn heute jemand zu mir sagen würde, ach guck dich mal an, würde ich sagen, guck dich mal dich an. Ja. Ohne Scheiß ist es wirklich so. Manche sehen aus wie, wie so ein paar, sorry für den Ausdruck, wahrscheinlich rauspiepst, ein paar K***er. Ja, und wollen dir erzählen, wie du auszusehen hast. Ganz ehrlich, sehen aus wie so ein ausgelatschter Turnschuh, Faltengesicht, wie so ein Faltenhund oder keine Ahnung. Also ich meine, um Gottes Willen, jeder das seine, jeder so, wie er sich wohlfühlt, sage ich immer. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich das Coole am älter werden. Es wird dir einfach egal und es ist uns einfach egal. Es ist uns auch egal, ob jemand sagt, ach, was erzählen die, was machen die, jetzt reden die über das und das. Dann sagen die im Podcast, das haben wir mal gesehen. Oder was weiß ich, was wir machen? Ja, wir machen das, weil wir was bewegen wollen, weil wir einfach die Stimme sein wollen, die aufsteht und die etwas tut. Und weil wir euch dazu motivieren wollen, wollen, dass ihr auch aufsteht und ihr auch eine Stimme habt und ihr auch dazu anregt, dass Menschen anders denken. Und wenn ich es schaffe oder wenn wir es schaffen mit diesem Podcast, dass nur eine Person sich ein Notizbuch nimmt und einen Stift und jeden Morgen zehn Punkte aufschreibt, für die sie dankbar ist, dann ist es für mich schon, dann ist es schon ein Riesenerfolg. Weil diese Person, die das macht, wird nach vier Wochen, nach acht Wochen, nach drei Monaten, wird merken, welchen Mehrwert das für sie hat und dass es wirklich geholfen hat, gerade auch in schlimmen Situationen, die zu überstehen, wenn man einfach diese Dankbarkeit in sich hat. Und nicht nur das, sondern Dankbarkeit wird euch auch die Fülle im Leben bringen, die ihr euch wünscht. Weil, wenn ihr euch den Film The Secret anguckt und die Gesetze, die Naturgesetze oder bei dem Seminar, am Wochenende wurde auch gesagt, ihr könnt das alles als Hokus-Pokus bezeichnen und sonst was, aber dann habt ihr einfach es nicht verstanden, weil es ist Biochemie. Es ist die Chemie des Hirnes, die das Ganze zusammenbringt einfach. Die Serotonin, wie heißt das? Serotonin. Ja, das ausgeschüttet wird, das einem glücklich macht und das hat nichts mit Hokus-Pokus zu tun, sondern etwas mit Biochemie. Moment mal, es hat erst dann Hand und Fuß, wenn irgend so ein Millionen-Influencer um die Ecke kommt, irgendein Sponsorship hat, wo dann die Firma das bewerbe will und dann dieser Influencer sagt, so und so sieht es aus. Erst dann hat es Hand und Fuß, egal was du gerade alles erzählst. Das ist mal überlegt, wie die Leute unterwegs sind. Wir können hier wahrscheinlich stundenlang reinquatschen. Nee, weil wir noch keine Millionen drauf haben. Sag ich, guckt ihr euch den Film oder lest noch besser das Buch oder hört euch das Hörbuch an, das Secret, wer auf Deutsch das Ganze will, Bestellung ans Universum von Bärbel Mohr. Es gibt dazu zig, zig, zig Bücher, dass man sich das herbeiruft, was man sich wünscht. Und wer Dankbarkeit im Kopf und im Herzen trägt, der hat positive Gedanken und der, er visualisiert sich auch ein positives Leben herbei und ihr werdet sehen, wie sich eure Wünsche und Träume wirklich erfüllen. Es ist wirklich so. Ja. Ja, aber man muss halt anfangen zu laufen. Man muss anfangen zu laufen. Thema Dankbarkeit musst du üben. Ja. Thema Sport. Und bitte, tut mir einen Gefallen, hört auch nett damit auf. Ja, ich meine, es gibt immer mal Situationen, da hat man keine Zeit, sagt man sich, weil viele sagen dann zu mir, boah, ich weiß gar nicht, woher du die Zeit nimmst, das alles zu machen. Ich sage euch so, wie es ist. Ich habe mein Leben lang hart gerackert und gearbeitet, bis heute, auch wenn die Leute denken, wir sitzen nur da und quatschen. Tatsächlich ist es so, dass wir... Die hucken den ganzen Tag am Tor, am Schreibtisch und am Handy. Es ist so, dass wir mehrere Projekte auf einmal machen, noch dazu, dass wir ein Studium gerade noch machen, ja, also eher ein Bachelorstudium als ein Masterstudium. Da habe ich was Besseres, Master, Bachelor, so. auf jeden Fall, egal wie es war in meinem Leben und glaubt mir, ich schlafe nur fünf bis sechs Stunden, weil ich mir das so antrainiert habe, weil ich einfach in meinem vergangenen Job zum Teil wirklich von früh bis spät gearbeitet habe und ich bin wirklich morgens um drei aufgestanden, um einfach pünktlich um sechs auf Arbeit zu sein und nichtsdestotrotz, ich bin um drei aufgestanden und um neun ins Bett, dass ich einfach die Zeit habe, morgens mich hinzusetzen und diese Punkte aufzuschreiben, und für die ich dankbar bin, einfach meine Morgenroutine zu machen, also bei mir sind es ja die Safers, da können wir auch mal gerne einen Podcast drüber machen, ich mache nicht nur Dankbarkeitsübungen, sondern einiges noch mehr und dafür bin ich aufgestanden und ich bin für mich aufgestanden, weil, klar, der eine sagt, ja, Prioritäten hat man, jeder hat seine Prioritäten woanders, der eine, der geht ins Fitnessstudio vielleicht, wo dann andere sagen, wo findest du die Zeit noch Sport zu machen, der Nächste geht zum Friseur und geht Nägel machen, weiß der Kuckuck was, aber ich sage euch, egal wie es ist, Sport ist wichtig, auch ist es wichtig, dass man seine Haare und seine Nägel macht, dass man sich in seiner Haut wohl fühlt, aber, wenn ihr nicht im Kopf anfängt, eure Zufriedenheit und euer Selbstbewusstsein und eure Gesundheit fängt im Kopf an und ihr könnt noch jeden Tag ins Fitnessstudio rennen und pumpen und machen und tun, ihr könnt auch noch 20 mal zum Friseur gehen, dadurch werdet ihr euch zwar für den Moment schöner fühlen, aber die wahre Zufriedenheit kommt von innen, deswegen lasst euch gesagt sein, nehmt euch diese Zeit, ihr könnt ja alles andere trotzdem noch machen, aber nehmt euch die Zeit und wenn es wirklich nur 30 Minuten ist oder wenn es, wie der Dommer jetzt sagen würde, auf dem Scheißhaus ist, ja, und ihr da bei eurem Geschäft sitzt, nehmt euer Buch, nehmt euer Buch, nehmt euer Buch, nehmt euer Scheißhaus-Stories Zeit, dann wird halt mal das Handy weggelegt, wird man nicht irgendwas, Social Media gescrollt oder so, sondern wird mal dieses Buch geschrieben oder von mir aus, macht es in der Notiz-App in eurem Handy, wobei man sagt, es ist mit dem Stift schreiben, das geht schon mehr ins Gehirn über, aber es ist egal, nehmt euch die Zeit wenigstens für das und für die Punkte und wir sprechen uns, wirklich, meldet euch gerne bei mir, guckt euch an, wie geht es euch nach vier Wochen, wie geht es euch nach acht Wochen, wie geht es euch nach einem Jahr und ich verspreche euch, es geht euch besser und wenn jemand die Übungen weglässt, es fällt auch direkt auf, es fällt auf, wenn jemand das nicht macht, die Laune, die Aussagen, es ist eine Trainingssache und so wie gute Routinen muss man üben, man sagt, man braucht ein Jahr, bis sich gute Routinen etabliert haben, aber natürlich, wenn man damit aufhört, bleiben sich schlechte Gewohnheiten wieder ein und man fängt irgendwann wieder bei null an, deswegen, ich kann euch nur empfehlen, bleibt da dran. Darf ich doch, das hört schon so nach dem Schlussgalopp an, aber kann ich noch was sagen, was die Wissenschaft so sagt? Was sagt denn noch die Wissenschaft? Verbesserung der Schlafqualität, eine Dankbarkeitspraxis vor dem Schlafen gehen, jetzt habe ich auch einen Daumen hoch, kann die Schlafqualität verbessern, indem Menschen sich auf positive Ereignisse des Tages konzentrieren und Dankbarkeit empfinden, können sie dazu beitragen, negative Gedanken und Sorgen zu reduzieren, die oft den Schlaf stören und ist es de facto so, die Leute, die abends grübeln, wenn sie sich zu Bett neigen, legen, wie auch immer, die dann nicht mehr aus dieser Spirale rauskommen und dann ist eine Stunde schon vorbei und dann wird der Fernseher angemacht im Schlafzimmer oder solche Geschichten. Aber man sagt ja auch, dein letzter Gedanke, den du denkst, wird dein erster Gedanke sein, wenn du aufstehst. Also, geh mit etwas Positivem zu Bett. Ja, ich fand das voll schön, Bodo Schäfer hat gesagt, also ja, Bodo Schäfer, Bodo Schäfer, googelt Bodo Schäfer mal. Der Bodo ist ein ganz, ganz bekannter Coach, also eigentlich der Money Coach Nummer eins in Deutschland, also der Finanz Coach Nummer eins in Deutschland. Du bist nicht so ein Money Coach, das hörst du so. das ist aber selber, ich mag das aber auch schon 62, der ist jetzt halt keine flotte, junge Dynamik. Dann ist er der Boomer. Der Boomer. Ich mag den total, weil er total bodenständig ist, also wirklich, schaut euch seinen Insta, folgt ihm, wirklich folgt ihm auf Instagram. Der hat täglich wirklich positiven Content, das ist richtig, richtig gut, was der macht. Aber auf jeden Fall, ja, ich will jetzt hier jetzt keine Werbung machen, aber er hat gesagt, mit seiner Frau zusammen, wenn er abends ins Bett geht, dann sagen sich seine Frau und er im Wechsel, für was sie dankbar sind, was sie am Tag erlebt haben und so schlafen sie ein und wie Dommer gerade gesagt hat, wachen sie somit auch mit einer ganz anderen Qualität auf. Und ich fand es auch so süß, so romantisch, weil bestimmt ist er schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten verheiratet und ja, finde ich einfach eine megatolle Übung, wenn man das so gegenseitig macht. Ja, das ist aber auch nochmal, dass das zu Bett gehen, so ein Ritual, auch mal das Handy weglegen, den Laptop, das Tablet weglegen, auch nichts mehr lesen oder sowas, man sagt ja auch, die Augen sollen sich nicht so anstrengen, aber einfach nochmal das Thema Grübelein, Angst vor dem nächsten Tag, Angst vor der Zukunft, ganz ehrlich, wer in der Vergangenheit lebt, der wird Depressionen entwickeln, du musst im Hier und Jetzt sein und was die Zukunft bringt, das wissen wir nicht. Klar, du kannst die Weichen stellen, du kannst dafür sorgen, dass du dein Bestes gibst, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt 8.44 Uhr irgendwas, ich weiß nicht, was morgen ist. Klar, wir können uns hier in den Tagesplaner reinschreiben oder hier in die App, die wir uns gemeinsam sharen, weil wir ja so hippe App-Benutzer sind, aber ganz ehrlich, wissen wir, was morgen ist, ja, deswegen grübelt nicht immer alles so kaputt, kümmert euch um die Dankbarkeit, aber vor allem, lasst den Ärger los, weil der zerfrisst euch. Das ist wie eine Säure, die sich langsam durchfrisst, genauso werden eure Gedanken zerfressen, euer Selbst wird zerfressen und am Ende, du weißt nie, was die Person gegenüber denkt, was die Intention der Person ist, falls es jetzt darum gehen sollte, um irgendein Thema, irgendwas Zwischenmenschliches, du weißt nie, warum eine Person das so macht, du verstehst es vielleicht nicht, grübelt sich wieder kaputt, verstrickst dich in Ärger, in Hass, in Wut, in das VW Vendetta, ja, aber im Endeffekt hast du nichts. Aber was sagt denn noch die Wissenschaft hier dazu? Positive Auswirkungen auf die physische Gesundheit. Es gibt Hinweise darauf, dass Dankbarkeit auch positive Auswirkungen auf die physische Gesundheit haben kann. Menschen, die Dankbarkeit praktizieren, neigen dazu, gesündere Lebensgewohnheiten zu pflegen, wie zum Beispiel regelmäßig bewegen und gesunde Ernährung, was sich langfristig positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Kann man auch so stehen lassen. Ja. Weil vielleicht haben die das Thema Frustfraß nicht. Vielleicht haben die das Thema XY nicht. Ja. Die Menschen, die sich halt eben vermehrt mit positiven Sachen beschäftigen. Ja. Also deswegen, Dankbarkeit ist wirklich das A, also das ist das A und O und das ist wirklich, wirklich, wenn ihr was verändern wollt in eurem Leben, Weißt du, wofür ich dankbar wäre? Dankbarkeit. Über einen zweiten Ventilator hier auf dem Boden, weil die Jenny sehe ich von hier, aber auch vorhin schon gespürt, sie hat sich einen Fuß, einen Bodenventilator da installiert, der ganz angenehm die Füßlein kühlt und die Beine und ich merke, ich bekomme nichts von diesem Strahl ab. Also ganz ehrlich, er strahlt mich auch nicht an, weil mir ist sogar kalt. Dir ist kalt an? Ja, mir ist an den Beinen kalt. Ich habe den angemacht. Ich kann euch mit Sonnencreme auflegen. Ich habe den Harrison angemacht, unser Welch Corgi Pembrook, weil der hat ein ziemlich dickes Fell und dem war heute schon ziemlich schwach. Der schläft ganz bis dahinten. Du musst aufpassen mit deinen Rollen da unten. Der hat sich so platziert, dass er so ein bisschen was von den Winden abkriegt. Deswegen habe ich den nämlich angemacht. Und, da muss ich noch dazu sagen, wir haben mehr wie einen Ventilator im Keller und wenn der kleine Dommergoy in den Keller gehen würde. Haben wir die Kleinen auch unten? Ja. Und würde ein paar Vendila... Wo hast denn du denn da her? Denn das war der... Der? Wo war der? Du warst zu faul letztes Jahr, den runterzubringen. Hast du mir erzählt, vielleicht braucht man den ja mal. Deswegen kam der dann hinten in die Engel. Weil, ihr bekommt mal einen Lifehack von mir, weil ich habe gern im Sommer oder solange die Temperaturen hoch waren, ich wusste aber die Ventilatoren, wie ihr wahrscheinlich schon rausgehört habt, musste ich abbauen und in den Keller bringen. Die habe ich dann im Sommer gern dazu genutzt, wenn ich dann Gewicht habe, das schneller trocken ist. Da habe ich die Ventilatoren strategische Punkte hingestellt, aufgestellt, angemacht, damit der Boden schneller trocken ist und dass du schneller wieder hast laufen können, ohne jetzt irgendwie der Floor ist Lava zu spielen, auf der Couch bleiben musst. Ja. So viel dazu. Ich bin dankbar für Ventilatoren. Tolle Erfindung. Hat wahrscheinlich auch wieder ein Mann erfunden, ne? So ernsthaft. Ja, so viel zum... Ja, aber da sage ich wiederum, ich bin dankbar. Fällt mir gerade ein, weil er von Vision und der Wohnung erzählt hat. Ich bin dankbar für das schöne Büro, was wir hier haben. Also, man muss echt sagen, ne? Ja. Das ist ein Riesenbüro. Das ist manch einer seine Wohnung. Ja. Von der Fläche her. Stimmt. Also, klar, wie manche Schreibtische aussehen, ist was anderes, ne? Ach. Weil ich gucke nicht gerne auf Jennys Schreibtisch. Meiner sieht heute auch nicht so gut aus. Bei mir wird gearbeitet und deswegen sieht es auch so aus. Also, bei mir wird nicht gearbeitet. Ja, bei dir wird gearbeitet, aber immer nur am Rechner. Bei mir wird auch gearbeitet, noch so richtig oldschool mit Stift und Papier und... Ja, die Jenny hat einen ordentlichen Verschleif an Kulis, an Kugelschreiben. Ja, ich brauche das. Ich brauche Textmarker. Ja, aber ganz ehrlich, nochmal auch, klar, man kann sagen, ah, während der Pandemie, dann Homeoffice und bla bla bla, dann müssen die Leute immer raus und was weiß ich, ne? Ganz ehrlich, ich bin gar nicht so undankbar darüber, dass man von zu Hause aus arbeiten kann. Ja, also... Absolut. Also, ich vermisse es nicht, ich vermisse es nicht, einfach 100 Kilometer Fahrstrecke zu fahren, um irgendwo hinzukommen und dort dann meine 8 Stunden zu verbringen oder 12 oder 14. Genauso wenig vermisse ich es, in der Republik herumzufahren, wie manche Fahrdienste da draußen. Klar, kann man sagen, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich sage mal, fürs Erste, Jobless. Dankeschön. Ja, oder ich bin dankbar, dass wir unseren kleinen Harrison haben. Ja, auch wenn er schon gestern wieder zwei Zecken hatte, beim Mittagessen mit dem Großvater, habe ich dann noch kurz auf den Boden geschaut. Ich gucke dann immer, ich gucke immer mal so, dann habe ich gesehen, wie auf, also auf seinem Rücken, ungefähr auf der Hälfte und auf der Kopfhörer, sind zwei Zecken gelaufen. Die haben sich dann so ein bisschen verlustiert, denke ich. Aber ich habe schon zwei abgesammelt. Aber ich muss sagen, wir haben echt ein gutes Spray, was wir uns selber herstellen, also wer da Interesse dran hat. Ohne Chemie. Auch frei von Döns und das hilft schon ganz gut, weil die sind oben drauf gelaufen, weil ich glaube, er ist einfach basisch, dadurch, dass er wirklich auch jeden Tag Aloe bekommt und noch andere Supplements. Aber wie gesagt, durch den Duft auch, den wir ihm aufbrühen, glaube ich, mögen die Zecken das auch nicht so gerne. Aber ich habe zum Abschluss hier noch ein schönes Ritual für euch. Das haben wir auch nämlich bei der Akademie gemacht, also bei dem Zwei-Tage-Seminar. Und zwar, wirklich mal, schreibt mal zur Übung alle Punkte auf, für die ihr, also die ihr loslassen wollt. Also sei es Menschen, sei es Groll, sei es Ärger, sei es Erfahrungen, alles, was euch belastet. Schreibt es einfach mal auf einen Zettel, macht eine Kerze an, nehmt euch eine feuerfeste Schale und brennt dieses Papier ab und übergebt die Asche der Natur. Und lasst in dem Moment wirklich alles Negative einfach nur los. Und dann startet am nächsten Tag mit eurem Dankbarkeitsbuch. Also wirklich 10 Punkte aufschreiben, für die ihr dankbar seid, pro Tag. Und was ich auch eine schöne Übung fand, das ist eine Bodo-Schäfer-Übung, der hat nämlich ein Erfolgsjournal. und das ist die Übung, dass man zusätzlich noch fünf Punkte aufschreibt, für Dinge, wo man am Tag zuvor erfolgreich war. Und auch da bitte nicht zu kompliziert denken, auch da sind es die kleinen Dinge, zum Beispiel, ich war erfolgreich, weil ich Sport gemacht habe. Wie ist das Essen nicht angebrannt heute Mittag? Dass das Essen nicht angebrannt ist, dass man Sport gemacht hat, dass man vielleicht nochmal um den Block gelaufen ist, dass man was Gesundes gegessen hat, dass man viel, dass es man geschafft hat, zwei Liter zu trinken, dass man Zahnseide benutzt hat, dass man seine Haare gewaschen hat, dass man, keine Ahnung, also es ist wirklich egal, aber die fünf Punkte, oder dass ihr das Auto geputzt habt, oder ihr habt gesaugt, ihr habt, keine Ahnung. Wie kann ich das Auto putzen? Ihr wart beim Friseur. Ja. Also es sind fünf Dinge, für die man, ja, also für Dinge, fünf Dinge vom Vortag, also wo man erfolgreich gemeistert hat. Also das ist quasi nochmal so ein Sonderspecial. So, und die Hausaufgaben sammle ich dann übermorgen ein. Mich würde es echt mega freuen, wenn ihr sowieso natürlich ein Abo dalasst, das ist sowieso das A und O, einen Daumen hoch, aber mich würde es auch echt freuen, wenn ihr ein paar Kommentare dalasst, beziehungsweise auch gerne mal ein paar Themenvorschläge dalasst, über Themen, die euch vielleicht interessieren, über die man sprechen könnte. Ähm, ja, also das würde mich auch megamäßig freuen. Oder wenn ihr natürlich auch reinkommentiert, falls ihr das macht, was wir euch empfohlen haben, wie es euch ergangen ist oder wie es euch damit geht. Und ich kann euch noch eine Buchempfehlung geben und zwar nennt sich das Buch Hoppen lernen in 30 Tagen. Das ist von Manfred Mohr und das ist, und zwar geht es darum, Hoppono Hoppono ist die hawaiianische Dankbarkeitsform, die die Hawaiianer leben und in diesem Buch geht es darum, dass man innerhalb von 30 Tagen Hoppen lernt. Also die Bärbel und Manfred Mohr haben sich das Hoppono Hoppono in Hoppen umgewandelt und haben dazu ein 30-Tage-Dankbarkeitsbuch auch gemacht. Also auch das ist ein tolles Buch, wo man einfach Dankbarkeit üben kann. Es ist ein bisschen anders aufgebaut wie das The Magic Buch, also eigentlich ganz anders aufgebaut. Aber auch das ist wirklich ein tolles Buch, um Dankbarkeit zu üben und wenn ihr Dankbarkeit eingebt oder Grateful, Gratefulness? Nur Grateful. Oder Grateful, Be Grateful, dann werdet ihr auch einige Literatur zu dem Thema noch finden und einige hilfreiche Dinge. Also von daher. Aber auch hier nochmal als Disclaimer, das ganze Thema, das gehört ja alles zum Thema Self-Improvement irgendwo, sich selber zu entwickeln und selber zu verbessern. Nicht immer alles so verrückt nehmen und dann nicht 20 Themen auf einmal aufzumachen, Stück für Stück durchbeißen und nicht so viele Kriegsschaubretze auf einmal. Ja, also wenn ich euch jetzt so drei Hot-Tipps geben sollen würde, dann würde ich euch wirklich den Tipp geben, holt euch das Buch The Magic. Da habt ihr schon ganz viel mitgemacht. Und noch einfacher, also eigentlich der erste Tipp ist, die Prio 1 ist, nehmt euch ein Journal und schreibt einfach zehn Punkte auf, für die ihr dankbar seid. Oder der zweite Tipp wäre, wenn ihr Literatur dazu wollt, wirklich, dass ihr euch The Magic von The Secret holt. Das wären so meine zwei Top-Tipps sogar nur. Und der dritte Top-Tipp, hört euch diesen Podcast an. Amen. Dann ist euch auch schon viel geholfen. Genau. Also nochmal, liked das Ganze gerne, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert das Ganze. Lasst uns wissen, was für Themen euch interessieren, was ihr mal gerne hören würdet. Unsere Meinung, vielleicht können wir da was zusammen aufziehen. Abonnieren, das kostet nichts. Teilt das gerne, sei es auf Spotify oder Instagram oder wo ihr auch immer unterwegs seid. Spotify sage ich, auf Instagram, Facebook, falls jemand auf Facebook überhaupt benutzt. Und ja, gehabt es euch wohl, bleibt es mir gesund, bleibt es mir stabil. Am Donnerstag kommt die nächste Ausgabe Pfälzer Stammtisch. Und also mit Jenny und Jasnam wie Shalima dann auch eine tolle Woche und bis bald. Ciao. Prost. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.